Ja, dankeschön. Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu der Castle Crashers. Jetzt wisst ihr Bescheid, wie das so klingt, wenn sein Aufwandprogramm nicht arbeitet. Oh nein, nein, aua, komm schon, die sind so unfair. Ich hab dir doch gesagt, das ist genau der Bereich, den wir haben. Ah man, ja ich wollte nochmal aufstehen heute. Ja gut, dass ich nicht schon wieder heil aus Tod bin. Wow, mein Schwert kann tritzen, das ist so Sachen übrigens. Ja, wie kann der mich denn packen, Alter? Alter, nein, 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 lass mich doch los. Lass mich los. Ja, ich block und ich krieg Schaden, Wolf, bei dem. Sehr, sehr super, das ist so super fair. Warte mal, ich block ihn, du greifst ihn an. Ja, ich block ihn, du greifst ihn an. Das Problem ist, dass da noch mehrere werden. Schlag ihn. Alter, wieder mich weg. Ja, du sollst ihn nicht anbaggern mit deiner Schaufel. Au. Du sollst auf die gleiche Ebene vielleicht. Das sieht so putzig aus. Geh einfach hier und schlag ihn von hinten, ich blocke seine Eingriffe. Ah ja. Wieso wirft er mich auf sich? Nein. Das Problem ist, dass da noch mehrere von kommen werden, das weißt du, ne? Au. Er hat's jetzt auf mich abgesehen. Also krieg mal, sag mal, also diese Ebenen sind manchmal ein bisschen, äh, blöd. Jetzt mach schon, ich kann nicht nur, äh. Diese Ebenen sind manchmal minimal nervig. Au. Das Schlimme ist, dass da nicht nur einer von kommen wird, das weißt du. Ja, aber es hat auch jetzt wunderbar funktioniert. Ich hab ja nur ungefähr ein Viertel Leben verloren, aber. Erstmal die Kleinen, dann die Großen. So lange, nein. Das ist eine ziemlich gute Methode, was du da tust. Ja, als erst mal Heilpott genommen, ich schlau. Alter. Ich kann die Kleinen nicht angreifen, wie du siehst. Ich kann die Kleinen gerade nicht angreifen. Ja, ich hab gerade einen Heilpott verschwendet. Das ist viel schlimmer. Als deine Wehwehchen da. Du musst dich leider um den Kleinen selber kümmern. Du kannst ihn auch einfach blocken. Du kannst auch einfach die erste AG-Taste gedrückt halten, ne? Äh, hau in, hau in. Entschuldig, ich muss die Ebenen dauernd wechseln. Weil sonst packt er mich nach einer Zeit, weißt du. Hat er jetzt was gegen mich? Ne. Nein. Weißt du, den juckt es nicht mal. Jetzt hat er... Doch, rech. Jetzt hat er das. Mega. Er hat nur gecounterknifed. Komm, 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 komm. Ich kann nicht viel machen. Nein, 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 nein. Ich bin stehen geblieben. Ich bin stehen geblieben. Ich bin stehen geblieben. Wer hat er jetzt? Mich. Hat er nicht? Ja. Gut. Das ist eine gute Methode, die wir da machen. Jetzt kommt noch mal... So, hat er... Auf dich? Ja, ist auf dich. Oder? Ja, ist auf dich. LOL. Ich schlag einfach und werd selber zurückgeschmissen. Aber das ist die einzige Methode, die wir bei den Riesenfiechern wirklich machen können, ne? Ja. 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 Der haut hier aber zwischen... Yes. Oh, ich... Ähm... Ich hoffe... Jetzt kann man ja wieder die guten alten Methoden hier anwenden. Jetzt können wir wieder auf der Erde kämpfen. Oh shit, wo laupt ich denn hin? Ja. Das liegt glaube ich daran, dass du Agility oder so geskillt hast. Oder wegen dem Schwert oder so, wer weiß. So vorsichtig, ich weiß nicht, was da kommt. Oh nein, hier sind wir uns jetzt mal abgekratzt, weißt du noch? Hier bin ich, hab ich doch das erste Mal versucht, den Helden zu spüren und bin dann dran abgekratzt, weil hier übel viele kommen. Ja, ich weiß, was von du redest. Du musst eher aufpassen, Steve. Du bist auch übrigens Magier, ne? Also... Du kannst dich versuchen hinzustellen und noch ein bisschen zu zaubern. Level up hast du. Ich spamme nur. Gut, falls drückst du einfach die ganze Zeit doppelt leertast. Und das ist... Schlechtest du ein bisschen über die... Ah, das tut weh! Ja, die... Guck mal, ich hab ja auch schon wieder ordentlich verloren. Die schiere Masse von wehen gibt einen echt. Vor allem die halten auch schon gut aus, die Leute. Das wird immer mehr? Ja! Ja, weißt du noch das letzte Mal mit mir? Wie viele Highpots hab ich plötzlich noch? Ja... Komm schon! Ah, ja! Ja, wir haben ihn. Ich glaub, der ist tot. Ich will mal kurz was gucken, warte mal kurz. Zwei Stück hab ich noch. Das ist das, was ich wissen wollte. Das ist das, was ich wissen wollte. Ich... Lirren müssen wir da... Nein! Hä? Nein! Oh nein! Oh nein! Ah, man kann doch... Ich glaub, wie das aussieht. Uh, mit dem Arsch wackeln! Hey, ich... So. Wieder da, gut. Warte, lass mir mal das Essen. Ich brauch das. Gibt's hier drin noch... Dein... Dein... Dein Root hat... Alter, was?! Oh nein, die Eskimos. Ich glaub, wir nähern uns diesem... Ich glaub, wir nähern uns diesem... Ich glaub, wir nähern uns diesem Eisverlaster oder so. Alter, Steve, das ist nicht witzig, wie du einfach OP bist von deinem scheiß Level her. Scheiß... Das wird aber immer mehr... Guck mal, du überholst mich ja jetzt schon mit dem Level allein. Ach, dir gefällt das ja nicht, oder was? Du überlevelst mich aber extrem. Aber ja, es passt schon. Ich... Ich mag dieses Quiz, was ich das mache irgendwie. Ich glaub, das liegt dann, dass du so auf Bogenschütze noch mitgeskillt hast. Oder vielleicht durch das Schwert. Dann hast du schon ein bisschen am Schwert liegen, weißt du? Du hast es eigentlich... Wir kommen noch nicht hier weg, sondern der Gegner da existiert. Welcher Gegner? Ähm, ich... Wir haben einen gewünscht. Was kommt hier? Noch mehr Gegner. So, ich dachte jetzt irgendwas krasses oder so. Du da, ich hab' ich gesehen. Also man... Bei mir dürfte man nur einen Tastengestell mal hören. Das ist der Hammer. Weil das Mikro ja voll über der Tastatur klebt und so. Also mit Controller ist das Spiel echt deutlich einfacher. Ich glaub, ich probier's... Ja, mein Controller arbeitet aber damit nicht ganz mit, deswegen... Ich überlege jetzt, ob ich mir das nächste Mal meinen PS3-Controller mit einem Per-Emulator anschließe. Das geht? Ja, das geht. Gibt einen PS3-Dinger-Emulator. Ich hab' mir auch schon einen... Bei den hab' ich mir ursprünglich runtergeladen. Ja, aber rein vom... Was? Den Vox da lang? Swamp da lang? Hier lang. Bei den hab' ich mir schon runtergeladen für Dark Souls 2. Oh je. Boah, ist das eine kalte Aktion hier? Coole Sache, ey. Ein ernstes fucking Schneebälle. Wir haben aber ernsthaft wirklich durch dieses Prinzip, was wir gemacht haben, und das wenigstens echt noch auf die Reihe gekriegt. Aber ich weiß noch beim letzten Mal, wir haben da voll ernsthaft abgelöst. Ja, du bist ja... Ich hab' dich halt nicht wiederbelebt, weil ich dachte, ich bin voll der Hero und ich mach' das jetzt so. Ist das Winterblast schon das Ding? Ich weiß es gar nicht. Aber das ist gut. Ich bin sehr geese. Ich weiß, dass ich irgendwann scheinbar nochmal wieder neue Heilpots hier holen muss. Ich hab' nur noch zwei. Ja, klar. Wir müssen uns hinterlachen. Hä? Am meisten, am meisten lag's an den Riesenviechern, die das geklaut haben. Und an diese ganz große Menge von... Viechviechies. Viechviechies. Nimm's dir. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, weil wer weiß, was da noch so kommt. Weil nicht, dass uns irgendwie wieder große... Äh... 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 Ja, wir sind etwas zu weit gelaufen. Da kommen Schneebälle. Ja, wirklich! Das ist schön, dass du mir das sagst. Das hab' ich überhaupt nicht gesehen. Und... Na komm, der letzte Heilpott ist nicht genutzt. Der vorletzte, weiß ich. Ich mach' mal Krankenhaus. Voll Krankenhaus! Ja! Ja! Damit haben sie noch einen Heilpott. Schau' wie weit das Level noch geht. Rüber zu den, zu den Schneefruzis. Wir hauen aber ganz schön, langsam ganz schön rein. Ja, die Gegner halten aber langsam ganz schön viel aus. Ja, überleg' mal, wie weit wir bitte sind. Es ist nicht mehr hier Anfang. Wenn wir jetzt die Anfangslevel nehmen würden, dann ja, verständlich. Aber wir sind jetzt schon recht weit. Ich frage mich, wieso brauchen wir langsam nicht mehr, wo, wo der nächste Frost bleibt. Äh, in dem Wintergebiet kommt später einmal. Wir sind doch im Wintergebiet geteilt. Er hat sich schon im Wintergebiet, oder nicht? Alter, was für'n geilen Shit. Jetzt kann man ja voll die Kombos abziehen. Alter, der Schnee haust dir im Moment für 25, äh, Glyph weg. Wenn wir die Klammer treffen. Ja, der nimmt die Zwiebeln mit ihren blöden Schneebeln. Alter, die wir aufräumen. Das, äh, cool. Hättest du mal am Anfang nicht mitplant können, ey. Ich will am PC. Ja, da ist das mal ein bisschen anders. Komm her, weg mit dir. Bäm, 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 bäm. Da krieg ich hier nicht. So. Geld her. So, noch zwei Haltplätze. Ja, ich hab nur noch einen. Ich hab leider nur noch einen, deswegen. Yolo. Hallo. Die fliegen bei mir. Die fliegen bei mir. Der hat mich einfach mal überholt. Ach, du Heulesuße, Alter. Aber wo fehlt das? Das ist immer noch einer. Ich weiß die Musik. Hier wohnen welche. Einfach mal so wegschleudern. Na klar, dann. Warum sind wir fast so groß wie die ganzen scheiß Häuser. Weil Kassel-Crusher-Logik. Das? Ich hab' nicht mehr Hunger. Hast du nicht morgen? Bamm, 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 bamm! ich bin mit dem schwert recht zufrieden damit kann man noch umkämpfen ich wusste es dass ich das mal kurz nehmen jetzt haben wir das ja ich habe es einmal kurz drin gehabt was passiert jetzt wir müssen da hoch ich glaube hier ist doch fast schon der boss vorsichtig ja genau das haben sie überall wo es waren ja hier kommt der boss soweit ich das weiß gerade kurz gesehen ja toll ich bin ich level 20 wie gut es ist um einiges besser als das was ich glaube ich habe oder mal kurz gucken wie sie gucken wir das an der ist das was das vielleicht glaube ich besser oder ja die flash call ist deutlich besser ist gegen magie aber das wäre so perfekt für mich das schwert na toll das hätte ich jetzt egal du musst das nächste mal droppen wenn wir eine neue waffe finden droppen ist bedennt für mich wenn ich 20 gegen was ist denn was müsste wirklich so laufen ruhig er fängt an auf uns zu feuern und immer wenn dieses komische geräusch kommt das ist noch Höher! Höher! Das ist nervig. Nein! Zum Glück macht das eingefrorene wenigstens keinen Schaden. Nein! Ja, Michael. Ja! Das heißt, der kann um Länge viel, ja? Ja, toll. Jetzt bräuchte ich die Fleischkörle. Ja, das kommt nur... Es war irgendwie... Es war irgendwie... Es war irgendwie ein Unterschied. Es war irgendwie 20 Spielers. Weißt du zu welch noch ein Level, wo unbedingt eine Waffe getroppt wurde? Warum auch immer Castle Crash das jetzt minimiert hat? Ich liebe das. Ist das nochmal bei dir? Ja, äh, Steve. Ja. Wir haben ziemlich wenig Heilputz. Ich habe nur einen, ich weiß. Ich glaube, die friert. Guck mal, sie friert. Ich weiß nicht mehr, was der lässt. Eiszapfen regnen. Soviel weiß ich. Boah, ich hätte voll Glück, hast du das gesehen? Boah, komm schon. Der lässt nachher, glaube ich, auch Eiszapfen regnen. Ja, aber dann nur in seiner zweiten Form schlägt man halt. Verstehst? Ja. Geh doch, wo ist er? Ah, fuck, der hat noch eine zweite Ebene gemacht. Ich brauche immer zu lange was zu machen. Also ich glaube, die Eiszapfen sind nachher das Einzige, was wirklich schaden an mir. Ah, der ist ja kacke zu treffen. Ist recht, weil er in diesen scheiß verschiedenen Ebenen ist, äh. Aber an sich ist der Boss nicht so kompliziert. Wo ist er jetzt da? Ah, ich war in der Luft. Ja, jetzt kommen diese scheiß Eiszapfen, die er schmeißt. Ja, scheiße. Und die machen, glaube ich, auch Schaden, richtig. Ja, ja, ja. Und raus da, weg da, weg da. Vor allem, wie er guckt, ne? Nein, geh da weg da, geh da weg da. Äh, äh. Scheiße, scheiße. Ja, ja, auch noch das. Ah, ja, sehr fair. Boah, das mit dem Rutschen macht die ganze Sache gar nichts einfach. Alter, der hat mich voller... Der hat mich wohl wortwörtlich eiskalt erwischt, der Typ. Aber das ist ein Boss, bei dem hast du genügend Zeit, deinen Teammate wiederzubeleben, wenn er abkratzt. Zum Glück. Boah, Alter. Ja. Au. Auf der Ebene geht's, ne? Geht's nicht. Ich hab nur noch... Ich hab keinen Heilpott mehr. So viel seid ihr gewöhnt, direkt gesagt. Oh, jetzt musst du in der Luft... In der Luft... In die Luft... Ah, wunderbar. Ja, 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 ja. Das, Alter. Ja, 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 ja. Wir haben's über... Krass. Das... Ja, ja, ho, ja. Come down, boy. Come down. Ja, jetzt... Das ist... Das ist die letzte Boss-Phase. Da wird er richtig hässlich, der Boss. Was? Ich hab wieder ein bisschen sch... Äh... Noch ein... Dann geht er runter auf der Ebene. Jaaaa! Krass. Oh, das ist doch mies. Jaaaa! Ja, fast, fast, fast! Nein! Nein! Komm schon! Komm schon! Mann! Ah! Ah! Alter! Der wird mir den letzten Schlag machen! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Geohohohohohohoho. Oh mein Gott. Also, übrigens ist der Part auch um. Machen wir gleich. Ja, need money. Ja, dringend. Für die Hypoz und so, ne? Lass uns das erst alles einsammeln. Jaha, Jijuuu. Juhuuu! Auf dem Eis! Auf dem Eis! Ne, das ist so! Jetzt hab ich mal gewonnen! Zum ersten Mal! Sei froh, dass ich so nett war und keinen Heilpot eingesetzt hab. Alter! Was ich ja gemein an Castlecrashers wirklich finde, ist, dass diese letzten... Das ist einfach am Schluss immer der Kurzabteil vom Boss noch der krassere Bereich davon ist. Ja. Ah, das steht jetzt glaube ich 3 zu 1. Neuer Bereich freigeschaltet. Ich glaube, es steht 3 zu 1. Es gibt 4... Äh, ein Schatz 2 zu 1. Die letzte werde ich dir nicht kampflos überlassen. Achso, jetzt bist du ja. Jetzt bist du! Ja! Gut. Ja, machst du auch weiter? Fuck Defense! Attack is good! Ja, super! So, jetzt lass uns erst kurz neue... Äh... Brauche ich dringendst. Hm. Ja! Ja! What the hell? Was haben wir hier? Ey, jetzt ist es fisch! Das Ding regiert mehr als das Steak. Uh, ich gönne mir auch mal kurz neue Brote, falls wir sie mal... Es kann ja immer mal sein, dass wir sie mal brauchen, richtig? Ja. Gibt's ein Level, wo man ganz schnell ne Waffe findet? Äh... Ganz schnell? Nur wenn wir durch die... Also ich weiß nur, wenn wir das... Wenn wir den Scheiß durchkämpfen, aber... Das war's dann auch. Wir müssen mal gucken, weil irgendwo müsste es eigentlich ne... Äh... Äh... Das klären wir beim nächsten Part! Jo, bis denne! Haha, tschau! Tschau!